Was sind die Vorteile der Raucherentwöhnung? Der Hauptvorteil der Raucherentwöhnung besteht darin, das Risiko zu senken, im späteren Leben an Krebs, Schlaganfall und Herzerkrankungen zu erkranken. Eine bessere Gesundheit zu genießen und die natürliche Immunität zu stärken, ist ein weiterer Vorteil. Die Verbesserung der Lungenkapazität und die Erleichterung des Admins können auch Vorteile einer Rauchentwöhnung sein. Husten kann gelindert werden oder nach Raucherentwöhnung ganz aufhören. Wenn eine Person jahrelang geraucht hat, ist es wahrscheinlich, dass sie regelmäßig an Müdigkeit leidet. Dies ist auf den Stress zurückzuführen, den Zigarettenrauch auf Herz und Lunge ausüben kann, wodurch diese Organe härter arbeiten. Wenn der Raucher Zigaretten dauerhaft aufgibt, kann er jedoch bestimmte Vorteile aus der Raucherentwöhnung ziehen, zb einen erhöhten Energiestand und eine insgesamt verbesserte Gesundheit. Andere Vorteile der Raucherentwöhnung können darin bestehen, dass weniger Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Grippe auftreten. Sobald die Rauchentwöhnung stattgefunden hat, wird das Immunsystem nicht mehr so geschwächt sein. Es ist möglicherweise nicht so wahrscheinlich, dass die Person Halsschmerzen und Husten entwickelt, die zu einer Verstopfung der Brust führen. Anfälle von Sinusitis können ebenfalls verschwinden. Der Blutdruck kehrt normalerweise in einen normaleren Bereich zurück, nachdem eine Person das Rauchen aufgegeben hat. Infolgedessen können auch durch Tabakrauch im Blut verursachte Kopfschmerzen nachlassen. Möglicherweise besteht einer der bedeutenderen Vorteile der Raucherentwöhnung und der Rückkehr des Blutdrucks auf ein akzeptables Niveau darin, nicht auf Medikamente zur Behandlung von Blutdruck angewiesen zu sein. Es wird gesagt, dass andere Vorteile der Raucherentwöhnung eine Steigerung der Wahrnehmung von Geschmack und Geruch beinhalten. Nikotin kann die Funktion der Geschmacksknospen und der Nasenrezeptoren beeinträchtigen. Raucheratem kann endgültig verschwinden, wenn das Rauchen aufgehört hat und der Mund keinen schlechten Geschmack mehr hat. Es gibt Vorteile, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, zb weniger Kreislaufprobleme entwickeln. Mit einer erhöhten Durchblutung und Sauerstoffzufuhr zu den lebenswichtigen Organen des Körpers kann ein geringeres Risiko für Blutgerinnsel ein weiterer Vorteil sein. Muskelkrämpfe und Krämpfe können ebenfalls reduziert werden, wenn Sie das Rauchen aufgeben. Dies liegt daran, dass die Blutgefäße als direkte Folge des Zigarettenrauchens nicht weiter verengt werden. Viele Experten glauben, dass die Raucheinwöhnung die Gehirnfunktion und die kognitiven Fähigkeiten signifikant steigert. Dabei kann sich eine verbesserte Konzentration ergeben. Die Aufmerksamkeitsspanne kann sich bei vielen Personen verbessern. Sowohl das Langzeit- als auch das Kurzzeitgedächtnis können sich verbessern, nachdem das Rauchen aufgehört hat. Ein weiterer Vorteil der Raucherentwöhnung ist vermutlich die geringere Inzidenz von Fruchtbarkeitsproblemen. Frauen, die mit dem Rauchen aufhören, haben ein geringeres Risiko, ein Baby mit Geburtsfehlern oder Gesundheitsproblemen zur Welt zu bringen. Eine Frau, die mit dem Rauchen aufhört, senkt das Risiko, ein Baby mit niedrigem Geburtsgewicht zu bekommen. Die Finanzen können sich auch verbessern, wenn eine Person mit dem Rauchen aufhört. Der Einzelne spart nicht nur Geld, weil er nie wieder Zigaretten kauft, sondern es können auch die Kosten für die Krankenversicherung gesenkt werden. Dies kann sich zum Ende eines jeden Jahres summieren.